Herzlich Willkommen zu einer... zu einem Sau-Wetter, wenn ich das mal so sage. Ja, ich wollte es nicht sagen, ja, ja. Vegica, wie immer mit dabei Otto und Ruki und wir gehen ganz normal weiter. Guck mal hier, was... ach hier, aber die haben ganz schöne Wetterumschwinge, das geht relativ schick. Ich bin tot, oh, hilft mir. Moment. Dankeschön. Jetzt muss ich das mal nehmen, meine Katana stehen hier. Vorsicht, Vorsicht. Dem hat der Regen geholfen, die Viecher sind nass. Jawohl, danke schön, Otto. Du warst irgendwie nass, oder? Das sah gerade so aus. So. Jetzt mal heilen hier und so. So, warte mal, lebt ihr alle wieder? Ja, wir sind gut hier am Leben. Warte mal, warte mal, ich muss jetzt mal RQC. Schnell nochmal gucken hier. Guck mal, hat das auch gesperrt? Ja, aber Kawa-Teil. Alles klar. So, und weiter geht's. Durch hohes Gras starten wir mitten im Pannenzapfenwald. Einfach mal ein bisschen wendurch. Oh, Tane, Zapfen, oh, Tane, Zapfen. Ach, das war... wir haben ja auch fast Weihnachten, gell, Leute? Habt ihr euch schon ein Spiel gewünscht zu Weihnachten? Ja, selbstverständlich. Was für ein Spiel? Das war einst das Schubwinkel von Jungmal, wer auch immer. Jetzt anscheinend immer noch. Da liegt sie. Ein Fehler, da kommt, ist der schwache Punkt. Viel Glück! Na, ist klar. Ja, ja, dann komm und mach mal, halt mal, ne? Ja, genau, halt mal. Bin ich hier, Naruto, oder was? Ähm. Der geht bestimmt wieder auf mich, ich weiß es. Aua, aua. Was hilft denn gegen Gift, Mädels? Was soll das denn? Heilung? Aua. Hier, ich seid irgendwie... Ich bin tot. Kann mich mal einer wiederbewegen? Wie kommt das jetzt hier nochmal mit dem Schild? Dankeschön. Ich überleg grad, wie das normal war. Nee. Hier, verbittert dich. Ich muss doch noch schnell mein Zeug aufnehmen. Danke, Doc, dass wir jetzt hinter dem Schild festhängen. Bitteschön, war geplant. Hier könnt ihr den auch mal angreifen. Das wäre immer ein Highlight. Das ist doch... Ha, 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 ha! Diskutiert erstmal, wer jetzt besser schild hat. Aua, ha, 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 ha. Wie hab ich das sonst immer gemacht? Ja. Beleb mich mal. Achso, ich war noch am Leben. Ah, jetzt. Ich brauch meine Waffen wieder. Geh weg. Dam. Ich glaub, jetzt hab ich den Kopf getroffen mal. So. Ich will meine Waffen. Komm, Schlange, geht los. Komm, beiß mich, beiß mich, beiß mich. Genau. Es war toll, dass ich ein Schild hab, aber irgendwie... Ruki, geh aus meiner Schusslinie. Ja, Mensch, ich will doch noch meine Waffen wieder haben. Er hat es doch letztens so gemacht, dass wir uns einfach ein Schild gebissen haben lassen sollen werden. Ja, das dauert, aber das... Jetzt da. Ah, hat geklappt. Ja, aber nicht unbedingt ein Heilschild, doch. Oh, das hat mich gebrannt, verdammt. Oh, kommt das da raus? Einmal wieder belegen zum Mitnehmen, bitte. Zum Mitnehmen? Ja, einmal wieder belegen zum Mitnehmen. Äh, falscher Stab. Dankeschön. So, wie ihr wisst, wir gehen hier voll koordiniert zu. Ja, genau, wir sind auf alle Fälle die Taktiker schlechthin. Ja. Also, ich habe noch keinen Plan, was gegen Gift hilft. Ich weiß nur, dass ich schön immer so einen auf die Mappe kriege. Gegen das Vergiften kannst du dich, glaub ich, nicht schützen, außer du machst ein Schild auf dich. Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Das wäre auch nicht feine Maßnahme. Aber, aber das ist doch kein Schild. Du komm, beicht in meine Richtung, beicht doch einfach hier in meine Richtung, du bekloppte Schlange. Ja, so wird das aber nichts mit dir. Ich habe jetzt ein Heilungsschild, irgendwie. Warte mal, Wasser. Wasser bringt, Wasser bringt euch wie gar nicht. Sag mal, macht ihr auch Schaden? Ich wüsste nicht, was macht ihr die ganze Zeit hier? Ihr müsst den Kopf, ihr müsst den Kopf treffen, Ruki. Oh, ja, ich soll es vielleicht nicht. Schliff mit Blitz. Oh, ja, irgendwie getroffen. Und ich bitte, ne, zweimal wiederbelebt. Ja, machen wir mal bei Gelegenheit. Erstmal Kaffee holen. Aua. Aua. Au, sorry. Au, 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 au. Entschuldigung. Das gibt's nicht. Richtet ihr eure Sprüche bitte aus? Naja. Ich richte das immer da aus, wo es hingehört halt. Irgendwie treff ich die Kopf nicht so richtig. Irgendwie kann ich meine Waffen nicht aufheben. Ja, ne, zufessen ist ein kleines Kunststück, aber es ist machbar. So. So, jetzt habe ich erstmal alle Waffen gemacht. Au. So, jetzt geht er ab, der Fang. Wenn ich dann nicht sinnvolles Waffen kann. Oh. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass Blitzen springt. Ja, das denke ich mir auch gerade. Wie waren das? War das nicht Arkalo oder was, was wir da genommen haben? Ah. Ah. Ah, cool. Einfach mal Feuerbälle zu werfen. Ah, Feuerstein zu werfen. Weißt du, was ich schon die ganze Zeit hier treibe? Ich treffe nur den Kopf, du Scheiße. Wie, wie macht ihr Feuerbälle? Bei mir ist immer nur irgendwie... Df. Nur Stein dazu nehmen. Ach so. Df. Kann mich mal einer bewegen? Danke. Oh, bin wieder tot. Kann mich mal einer bewegen, bitte? Danke. Au, au, au. Was jetzt? Aua. Oh. Ob wir die heute auch klein kriegen oder in der Folge? Ich schoss doch mal. Klar, ist doch kein Thema. So. Nicht. Das ist aber aggro, alter. Aua. Ihr brennt. Ja, ihr merkt es auch gerade. Ich bin wieder tot. Ach so, äh. Ach shit. Nein, nicht sterben, nicht sterben. Nicht die mit der Maustaste, verdammt. Das ist gerade ein Nachteil. Ach so. Ach so. Ist das bei euch auch so, oder? Ja. Ach so. Das weiß ich gar nicht. Ja, was wird denn jetzt hier, wenn sie fertig sind? Ah, jetzt. Haben wir es geschafft, oder was? Ah, sie brennt, sie brennt, sie brennt. Ja. 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 Ja, wir haben es geschafft. Wir sind die Schlankentöter schlechthin. Level geschafft. Und wie sie alle wegrennen mit einmal klein, wisst du? Habt ihr Angst, oder was? Ich würde die noch häuten und mir eine Tasche draus machen. Ja. Genau. Das ist fantastische Frau und so. Die Belohnung für die Rettung des Dorfes Dunderhead war eine Kutschfahrt nach Habindir, wo der wahre König sie erwartete. Und just als sie die Stadttore erreichten, fiel die erste Schneeflocke. Ey, was der geraucht hat hier, der Sprecher, das will ich auch mal rauchen. Ja, Alter. Und just? Ist er da das? Ja, oder was? Ich weiß nicht. Ganz ehrlich, die Frage stellt sich eher, was haben die Entwickler geraucht? Jaja. Egal was, ich will es auch haben. Flattenküttel. Oh, ihr seid es. Ich hatte gerade ein Snack. Ich meine, ein Snack mit einem Highlander. Weiter nördlich gibt es ein Dorf, Dunderhead. Ja. Sie versorgen Hamm wir mit Schießpulver und Schiffen regelmäßig Lieferumsitzen. Ich spüre, dass sie euch mitnehmen würden. Versuchen wir uns. Geh mal einfach mal hin, ne? Ja, geh mal einfach mal hin. Was sagt der hier? Seid, wie cool ist, Reiser. Ich hörte Geschichten von Bestien, die Menschen hier in der Hollandin Küste angreifen. Also, die Besten sollen unglaublich stark sein. Mit glühenden, ja jetzt kann ich nochmal lesen. Tattoos und magischen irgendwas. Weil dann ist er in seinem Armada gelacht, der Penner. Also, dass sowas unhilfliches ist, wisst ihr? Ja, ich möchte mal eins sagen, wenn wir es schaffen das Dorf zu verteidigen, ohne dass es Schaden nimmt, ne? Dann gibt es eine schöne Belohnung. Hilfe. Oh. Geht schon mal gut los. Okay. Also... Oh, ihr seid an... W.A. 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 Ja, ja, ja. Ich muss ja auch vorher rennen, wisst ihr. Weil der greift mich ja auch an, der Penner. Oh. Und vor allen Dingen die Dorfbewohner helfen, das cool. Los. Töten. Hä, wo schmeiß ich meine Dinger hin? Wo ist meine Haus hier? Seid ihr alle da? Ach ne, das war nicht dieses Dorf, das war ein anderes. Nimm mal deine Sachen auf. Die Dorfbewohner helfen aber. Kann ich euch sagen. Definitiv. Oh. Oh scheiße, ich habe einen Dorfbewohner getötet. Au, 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 au. Und ich habe Otto getötet. Tut mir leid. Äh. Äh. Wer hat schon wieder die Strahlen gekreuzt? Und zwar direkt da, wo ich bin. So kann ich denn hier keinen... Ach so, kann ich dich töten hier? Man muss mal aufpassen, wenn man nacht ist, dass man da... ...muss versehentlich... Ja, dass du da nicht Elektrizität nimmst, weil das ist natürlich... Das könnte weh tun. So. Ah, okay. Okay. Man muss auch mal... Man muss aber auch ein bisschen testen hier. Oh. 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 Ich mache immer alles ausmisch selber. Ich muss mich ja voll hell. O- und die fücher alle her folge mir auch gut schluss doch mal endlich nicht ich, die anderen Alter hau Alter ich bin hier nicht wehren du hast ne Schwertbeteilung drauf, das ist vielleicht nicht so intelligent dass das was hat du hast ne Schwertbeteilung, wenn du zu starkst heilst du wo bin ich? Hilfe, ich seh mich nicht mehr ich bin tot glaub ich oh scheiße, scheiße, sorry, sorry, einmal heilen bitte du musst mich hier heilen ich wieder gelebt mein ich sorry komm ich hier wieder raus jetzt geh ich mir halt mal nicht auf den Sack hier oh ich glaub die sind weg oh was habt ihr für ein Schwierigkeitsgrad eingestellt war sehr akkur oder ne oh, da kommt schon wieder hier, der spinnt wohl oh, ist klar jetzt, warte mal, noch nicht vorgehen ich muss erst meine Waffen holen ich will doch erstmal meine Waffen, also das hast du ein bisschen doof gemacht, die Waffen anklicken zum Aufheben ist echt irgendwie übel schwer, also find ich zumindest so jetzt kommen ich geh mal, geh mal da hoch was haben wir denn hier? ein Feuerschwert oh, da ist ne Flammenklinge, cool da bin ich gleich Feuer und Flamme ach, jetzt geht wieder die Spontanen los, he? ne, schon die ist sehr flach ach ja, die Flammenklinge ach ja, die Flammenklinge so war es ja jetzt hier, water Moment I'm coming so, was haben wir jetzt hier? jetzt ist nämlich übrigens mein, mein, wir haben nämlich meinen Froststab verloren äh, was? ne, der müsste da noch liegen nein, der liegt da nicht mehr, der Froststab, der ist fort ne, der liegt tatsächlich nicht mehr hier das ist ja interessant ich hab nur meinen Bambusschrafen wahrscheinlich bist du die Klippe runtergeflogen das könnte eventuell sein oh, da haben wir einen Fakepoint das ist praktisch so, wir haben ne, wir haben doch paar Minuten über die Sonne haha ein paar, ein paar viele, oder was? oder zwei, umgenau zu sein aber jetzt länger dauert es jetzt länger jetzt mal wieder länger dauert genau Aua wer hat mich grad umgebracht wiederbeleben, Ruki, oder wer auch immer danke Alter das kann ich gar nicht ne, weil der ich wollte dich, äh, quasi beschützen das hat aber irgendwie nicht gebracht nach hinten sind ja, ich mein, alles beschütze ist immer gefährlich, Ruki weil du meistens ihn triffst mal besuchen ja, schon wieder da ist die verfluchten Bestien die Brücke wurde sabotiert der einzige vernünftige wäre jetzt das Luftschiff zu klauen das kam mir zufrieden ok und wie es mit dem Flug weiter geht erfahren wir nächste Folge in diesem Sinne, Servus Ciao Ciao Oh